ja das ist lustig das ist so sozial meine mutter meint dass es so sozial ist dass ich in den müller einmal geschissen habe lustig ja ja das ist ja auch lustig was ich da reingekackt habe was das für ein spaß hier in meiner lobby philip 29891 über mich ego shooter family generation battlefield cod try hard monster hunter was das für ein sohn wie es kein screenshot macht wow junge fühlte ich nicht heftig mit 16 9 alle ich habe in mwm dinge besseres erreicht als du es oder wie er sich heftig fühlt 16 9 und er feiert sich dafür ja voller ich hasse try hards und schwitze ich hause wie einfach jeder den reaper spiel ich habe auch für spiele wachkuder sekund ja kann 47 über spielen weil die war ja ganz nice die ist gut ich hätte auch gern und ist gut aber dann bläben sie scheiße aus und natürlich ist philip winston hurensohn ey du scheiß deutscher bastard alter verpiss dich aus der lobby junge was ist denn das ich hasse deutsche spieler alter ich hasse sie so sehr warum ist frei falle so abfuckerle das ist nicht ich klaue ihn ich ich schieße ihn von hinten hinten an der typ den angeschossen habe ich abgestaubt wo ist die nahe bedienung nicht fernbedienung sondern nahe bedienung hey du spaß die alle die ganze zeit weg springt also junge gehe verkaufen alter was ist das denn ich habe dem grad zugegeben dem typ das kann sie gar nicht glauben weil ich so nicht und werde beschossen dann drehe ich mich um alle und töten und er hat auch so wie diesen turn-on diese rote letztens so ein schützer mit einer zweierkette die den übelsten turn-on gegeben scheiß holen sollen heute ist er noch nicht ach so ah alter junge es sind immer die zwei selben wichser die mich abfocken das war ich sie also ich habe es geschafft problem naja jetzt hätte ich es geschafft was alles gebraucht kriegst jetzt punkte oder nix ich will mal schauen ob es dafür was gibt aber ich glaube nicht weil ich alleine da war also hier das sehenschlüssel ist hier mal schauen es würde wohl kaum jetzt seh es wohl kaum irgendjemanden geben der das sehste sie sich nur braucht also nehme ich ihn jetzt einfach auf oh mann alter er ist so ein sposti ne mal schauen habe ich dafür jetzt irgendwie xp-kick bekommen oder so oh mein mein gott war ich gerade schlecht 11 philip du bist schwul und scheiße alter verreck an dem schwanz von einem vater du Hurensohn nur das wille hat weil jetzt auf einmal auf englisch redet habe ich nicht mal xp dafür ja ok jetzt muss ich wissen ich habe das so oft gemacht diese Hurensohne die facken so ab ne ich habe nicht mal eine stunde gebraucht jetzt auch mal bo3 alter er ist so ein Hurensohn oh mann ey nairon und philip alter ihr seid solche lutscher glaubt ne ich hauswörig hey du sposti alter ich hätte ihn eigentlich abknallen konnten war aber zu schlecht aber meine semtex hat ihn noch gekillt da habe ich heute wo ich beim neukirchen war und blackout gespielt habe habe ich eine ähnliche aktive funktionen gebracht ne da war ein geg ich habe halt mit seinem account gespielt und da war dann so ein gegner der hat in der ecke gekämpft ich weißt du was ich habe ich habe einfach eine cluster auf ihn geworfen und was man dann mal hängen mit denen ja ey natürlich kommt der vorhin übelst lachen alter dieser boss hat ne wo ich dem neukirchen erzählt habe es die AK-47 uu voll gut ist meinte ey ich hab die auch aber die ist voll scheiße meinte er und dann hat er gezockt und es war eine ganz andere und meinte ey das ist doch die die du meintest und ich so hä ne das ist eine voll ganz andere Waffe und er so oh dann hab ich sie doch nicht okay er meinte er ist so wieder genau zu wissen welche Waffe ich meine und dass er die auch hat obwohl er die gar nicht hatte und meinte die ist scheiße ja ja gut na mal schauen wenn ich wieder auf die Fresse kriege ich die VMP ey der Typ er spielt Schalldämpfer Junge bist du schwul was ist das für eine Wichserlobby ja wer denn natürlich sonst Neuron du Hurensohn alter scheiß Franzose oder was auch immer du bist ja natürlich ist es zu spülen alter ich ey ne ich seh die scheiße dann geh ich da hin ja oh man alter alter mein fernseher ich fasste immer an alter und der ist ja echt ganz schön warm okay ei natürlich natürlich Neuron Neuron du bist so ein Bastard ne ey dieser Hurensohn alter ich würde den so gern beleidigen ne aber dann krieg ich wieder Ärger vom PSN ja du darfst einfach nichts was man irgendwie melden kann ja auch was man nicht melden kann ja keine Ahnung ich würde ihm jetzt schreibe ich hausse dich aber das kann man auch melden und nun kann man das melden ich glaube ja aber er fuckt ja ja dieser dreckige deutsche online spieler alter ich kann so ausrasten scheiß Hurensohn alter was machst du überhaupt noch wach alter such dir mal eine Arbeit du Bastard nerf dich rum ey das sind alles voll die Hurensohne junge die sind eh alle arbeitslos die spielen so spät nachts noch die sollen sich mal einen scheiß Job suchen das ist echt so ja hey ne ihr dreckigen scheiß Müllauto ab leckererlich ohhhhhh ich kann so ausrasten Müllauto ab leckerer das können wir es dem doch schreiben ey du bist ein Müllauto ab leckerer ja keine Ahnung alter das volle Hurensohn er hat es nicht verdient zu leben was macht dieser Spasti alter lebt in deutschland das ist 3 auf 4 3 auf 4 und 34 und er arbeitet nicht oder was das ist so ein Abfucker ne das ist so ein Abfucker ne öhhh das ist so ein Abfucker ne das ist so ein Abfuckerlimälar das ist so ein Abfucker Wie heißt der? Philipp. Und der ist gay. Der gay ist, weil er heißt Philipp. Kann man nur schwul sein. Ja. Scheiß Hohensohn. So jetzt...